Okay, dann wollen wir doch mal gucken, wo wir hin müssen. Internetverbindung, kacke mich nicht. Ah! Ich sehe nichts. Oh, Zombie. Wow! Ich habe Erfahrung mit weglaufen. Ich schaffe das. Ich komme mich wahrscheinlich auch nicht rein, ne? Das dachte ich mir schon. Hier auch nicht? Ne, hier auch nicht. Das ist eine Axt, die ich nicht aufheben kann, aber... Da soll er mich verfolgen. Wir folgen mal der Straße. Durch den Wald. Lalalalaloo. Ich fliege langsam durch, weil ich so viel laufe. Mann, ich glaube, ich habe nichts mit zu trinken. Nicht gut. Hallo. Ich kann auch gerade gar nicht gucken. Ach, da ist noch ein Haus, wo wir bestimmt nicht rein können. Oder? Sieht mir offen aus, aber es freut mich ja oft schon ganz schön öfter so. Och, Leute. Lass mich in Ruhe. Hier sind wahrscheinlich noch mehr Zombies. Hallo. Hallo. Oh. Ich muss die wohl im Wald abhängen, irgendwie. Die lassen sich so schwer abhängen, das ist so... Das nervt. Ich will hier nicht zu weit reinrennen, ganz ehrlich. Bevor ich noch irgendwo lande, wo ich gar nicht hin will. Nehme ich wieder in dieser Einöde. Ich sehe niemanden. Hallo? Da hinten. Okay, haben die Verfolgung aufgegeben. Sollten mich jetzt nur nicht nochmal sehen. Ich muss gucken, wo das Haus ist, weil da konnte man rein. Ich hab's gesehen. Da. Da ist aber auch ein Zombie. Und da hinten waren noch die anderen Zombies auch noch, oder nicht? BANZAI! Charge! Ich hör mal Zäune klappern. Aber hier sind gar keine Zäune. Von daher glaube ich auch nicht, dass hier Spieler sind. Lass mich... Oh, lass mich rein. Hallo? Zumachen. Zumachen. Hast du was für mich? Oh, ich hab doch noch was zu trinken mit. Ist hier was? Scheint mir nichts. Toll. Ohne Sinn. Hallo? Ich bin da mal wieder weg, ne? Da hinten ist einer. Ich kann einen aber auch auf einer ganz schönen Entfernung sehen. Also der könnte mir jetzt auch gleich hinterher rennen. Wir folgen dem Landweg hier. Ich will nicht einfach durch irgendwelches Waldgebiet rennen. Ich sehe da hinten Häuser. Oder ein Haus zumindest. Auf, auf! Ich will gucken. Was da ist. Zombies haben uns aber ganz schön weit in den Wald reingetrieben. Auch in der letzten Aufnahme. Mies, mies. Oh, hi. Na dann. Komm mit. Komm mit. Ich will dir was zeigen, ein Zombie. Dann ist noch ein Zombie. Ich will nur gucken, ob ich hier rein kann. Scheint mir aber gerade nicht so. Nein, ich weiß, dass da noch einer ist. Ja, ja. Keine Sorge. Ich renne einfach weg. Die Bäume laden aber auch nicht gerade zum Abhängen ein. Das ist einfach nicht chillig genug hier. Ich habe übrigens was zu trinken. Ah! Baum! Halt mich nicht fest! Hallo! Das sieht doch schön aus. Brauchst mich nie anschreien. Sobald wir den Zombie abgehängt haben, werden wir uns ein Schlückchen von der Pepsi oder Cola genehmigen. Und dann werden wir uns dann diese Stadt da wagen. Da hinten. Das fängt immer nach dem Plan. Lalalala. Boah. Der Zombie. Sag mal auf, hör zu schreien. Hallo. Durchs Gebüsch. Ach, hör zu schreien. Ach, hör zu schreien. Ach, hör zu schreien. Da sind Steine. Ach, hör zu schreien. Ach, hör zu schreien. Ich werde ihn nicht mehr. Ja, ich glaube, er wird immer mit dem Abhängen hier. Hehehe. Loser. Ponk, 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 laut. Okay, jetzt ist wirklich aufgehört, uns zu jagen. Slalom durch die Bäume. Hey, kennen wir das hier nicht sogar? Ich meine, wir wären mal in der Lagerhalle da hinten gewesen, mit unserem Sniper-Gewehr, das wir damals hatten. Und dann wurde die Server geupdatet worden und ich dann... Und ich dann irgendwie doof war. Ah nein, dann bin ich irgendwo anders gestartet, einfach wieder. Dann war ich doof, genau, dann war ich doof. Und hab nämlich ganz viele Zombies durch einen Schuss auf mich aufmerksam gemacht. Ich trinke mal was, komm, gönnen wir uns. Realistisch getrunken, krasser Scheiß. Ja, ich will da hinten hin. Ja, da wir waren da schon mal. Definitiv. Letztes Mal lagen da Dosen. Vielleicht ist es ja jetzt besser und da liegt was Gutes. Finde ich immer gut. Steine. Aber wir waren hier zweimal. Einmal waren hier keine Zombies, als ich das erste Mal hier war und dann, als ich speichern wollte, hier, waren da diese zwei Zombies, die wir mit der Pistole umgesäbelt hatten. Komm mal da rein. Nein. Wow. Was war das? Krasser Scheiß. Ich bin vorsichtig. Er hat mich nicht gesehen. Die stehen nur an derselben Stelle, wo die letztes Mal standen, oder nicht? Ich klub schon mal. Hm. Stehen da nur dumm. Vielleicht liegt da ja ein Spieler. Ich komm hier nicht durch. Hallo. Nice. Ich häng mich einfach hier drin ab. Kann ich mal gucken, was hier so abgeht. Hm. Haben sie keinen Bock auf mich? Nee, ich hab auch keinen Bock auf die ehemalig zu sein. Ach, hier liegt aber auch nichts drin, ne? Hier war auf jeden Fall jemand. Hey. Lass mich drüber. Hey. Lass mich drüber. Ach, Mann. Vielleicht kann ich ja hier so durch. Hey, durchgebackt. Nee. Zombies haben keinen Bock auf uns. Dann. Ich will nicht nochmal an denen vorbei, deswegen gehen wir jetzt mal hier um den Zaun rum. Boote. Niedliche und hässliche Boote. Aber ich glaube in der... Wow, ach. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Das war die Stadt, wo es hier so komisch rumgebackt hat. Ich meine, in der Stadt hätten wir auch die Waffen gefunden. Aber das war ein Spieler. Und sonst hat er das Ding nicht so... ...gute Ausgürfe, sag ich jetzt mal. Deswegen rennen wir jetzt einfach mal weiter. Haben wir noch... Haben wir was zu essen? Ja, wir haben was zu essen. Zwei Sachen sogar. Weil wir die Hungeranzeige... Bin ich gerade ein bisschen abfuckt. Wir haben aber noch Zeit. Für die nächste Stadt zumindest. Wir wollen, wenn ich nicht ranzoomen. Ich muss aber gucken... Oha, was ist das denn? Jetzt sieht mir wie ein Militärstützpunkt aus. Ich guck mal eben. Ups, was ist denn hier los? Das muss gut sein. Das Licht, das da nach oben strahlt. Dieses Buggyge. Ja, muss gut sein. Das ist so, dass mein PC hängen bleibt. Naja, es liegt in der Verbindung. WLAN-Stick läuft nicht so super gerade. Ich meine, da ist so ein rotes Kreuz drauf. Deswegen vielleicht Bandagen für uns. Mehr Bandagen? Mehr als die zwei, die wir schon haben. Verfolgt mich eigentlich jemand? Ja, da verfolgt mich ja jemand. Deswegen höre ich ganze Geräusche. Menschenskinder. Das ist wirklich ein Militärstützpunkt. Krass. Ist das gut? Da haben wir bestimmt Waffen. Ey. Aber der Ort scheint mir auch hier... Ah, ich verpackt zu sein. Da sind noch Zombies drin. Soldatenzombies. Cool. Wer das nicht so verpackt, würde ich hier ein bisschen länger abhängen. Ey. Back mich doch nicht so rum. Ich mag das nicht. Ich komme hier auch gar nicht rein, um ehrlich zu sein. Alter! Das Spiel ist archverpackt. Noch. Wir legen hier auf jeden Fall eine Menge Zombies rum. Hi. Schon als müssten wir den erstmal abhängen. Na komm. Seh nichts. Dieser Ort. Ich war hier. Wir waren hier schon mal. Und da hat es auch genauso rumgepackt. Kann ja sich leider daran liegen, dass das irgendwie mit dem Ort zu tun hat. Ich würde gerne zu dem Militärstützpunkt. Aber dieses Archverpackte da hinten, ey, das ist... Ich mag das nicht. Ich mag das ganz und gar nicht. Deswegen gucke ich mir jetzt erstmal hier um. Da ist noch eine Lagerhalle. Hi. So. Hast du was für mich zu bieten? Hier drin ist es auch verbuggt. Hi. Na du? Ah, kein Bug auf mich. Hier liegen eine Menge toter Leute rum. Nein, das ist auch so verbuggt. Alter. Ganz ehrlich. Ja, das ist auch so verbuggt. Verpackte Party. Na du? Bisschen chillen. Oh. Was ist denn jetzt? Ach da. Das ist da, weil es diese verbuggte Spalte anscheinend. Kann ich... Haben die nichts für mich? Scheint nicht so. Zombies können mir in Gebäuden hier nicht so schnell hinterher rennen. Waaah, ich seh nichts. Lass mich raus hier. Da ging's auch rein. Aber ich geh hier rein, guck. Zu. Häng geblieben. Du. Hier liegt auf jeden Fall was. Schön. Was hast denn du für mich? Munition. Na okay, wir gucken erstmal nach dem wichtigen Zeugs. Penkelas nehme ich mit. Hunting knife nehme ich mit. Gemlight blue nehme ich mit. Jetzt haben wir aber nicht mehr so viel Platz, deswegen nehme ich nur noch die hier mit. Oder was ist das? Granite launcher Zeugs. Noch irgendwas für mich? Hier sind mehrere Dosen. Da ist eine Autoscheibe. Sonst aber nix. Dann gehen wir mal... Oh! Ja. Hätte ich die jetzt übersehen. Gut, dass ich mich nochmal umgesehen habe. Ja. Gut. Na komm. Anlegen. Come at me, bitches. Ich kann gar nicht schlagen. Du musst erstmal nachladen. Hey. Jetzt darf ich wieder. Na du? Klar, du triffst mich auch sofort, ne? Fick dich. Ganz ehrlich. Blut dich. Ja, ich blute. Bluten, bluten, bluten. Oh, schön. Na Cola für uns. Take the Cola. 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 Uuuuuh. Ich würd gucken, ob hier was liegt, aber hier ist nichts. Dann, 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 dann kann ich nicht aufstehen, doch jetzt. Hallo. Hallo? Nein. Nein, wir sind Zombie, deswegen gehen wir mal in die andere Richtung. Wahrscheinlich noch mehr Zombies auf uns warten. Ich will in dieses Militärlager, da wurde es so rausgebackt, alles. Komm ich nicht rein, okay. Hm, ja, informativ hier, ohne Zettel. Daniel was gilt. Tja, bitte. Waschmaschine. Must be good. Is not good. Boah, ich will mal hier mal hoch, noch hoch und gucken, was da abgeht. Eignet sich bestimmt gut, wenn man eine Waffe hätte. Ist nix. Wenn man eine Waffe hätte. Also eine ordentliche Waffe. Ich werde nicht um den Zaun laufen, da da der Zombie ist. Da hinten hin. Ich meine, ich will da... Hm. Willst du ein Militärlager? Kannst du ja in einer anderen Aufnahme nochmal versuchen, da hinzugehen. Wenn ich dann noch leere. Wahrscheinlich nicht. Boop. Was ist denn da hinten schönes? Das Haus sieht mir nicht betretbar aus. Ich meine, ein Haus, einfach so, muss mich trollen. Hi. Wie geht's? Wir haben ein Heatpack? Wusste ich gar nicht. Ah, doch, da. Er hat doch hier... Was hat er da? Painkillers hat er da, ne? Ja, freue ich nicht. Habe ich hier ein Stück von. Außerdem habe ich nicht vor mir die Beine zu brechen. Hier ist nix. Jetzt noch weniger. Ja, danke. Und das ist ja... ... ...